Pererodan, Androiden, Folge 3 Der Jahrtausendirrtum Von Dietmar Schmidt Gelesen von Renier Baken Die Hauptpersonen Pererodan, der Terraner muss sein Menschsein beweisen Aurelia Bina, die Posmi wird nur für einen Menschen gehalten, wenn es ihr nicht passt Aukwun, der Ceno muss sich als Mensch erweisen Nagmum Kane, ein Militär und Menschenfreund Menschlichkeit auf dem Prüfstand Ist ein Krieg noch zu verhindern? Wir schreiben das Jahr 2083 NGZ Mehr als 3600 Jahre in der Zukunft Seit elf Jahren leben die Bewohner der Milchstraße in einer Phase relativer Ruhe Zwischen den Sternenreichen herrscht Frieden, doch unter der Oberfläche brodeln die Konflikte weiter Das zeigt sich, als die Föderation Normon zu zerbrechen droht Der Demokratische Planetenbund, der vor Jahrtausenden von Menschen begründet worden ist, steht vor einem Bürgerkrieg Pererodan und der Mausbiber Gucki brechen auf, um zwischen den verfeindeten Parteien zu vermitteln Zur gleichen Zeit erscheint eine unbekannte Roboterzivilisation, die mit brutalen Mitteln Einwohner von Planeten vertreibt Pererodan, der durch einen Notruf zu einem dieser Planeten geführt wurde, gerät in die Hände dieser Roboter Sie behaupten, in seinem Auftrag zu handeln, aber Rodan ist sich sicher Das ist der Jahrtausend-Irrtum Aurelia Bina ortete ein Feuergefecht, als sie über dem bewohnten vierten Planeten der weißgelben Sonne aus dem Linearraum kam Kugelförmige Schiffe stiegen von der Welt auf, ohne eine Kennung zu senden Viele von ihnen durchmaßen 50 Meter und hatten eine blau-silbern-schillernde Außenhaut Es waren Schiffe der fremden Roboter, einer aus dem Nichts gekommenen Bedrohung noch unbekannten, sicher aber interstellaren Ausmaßes Sie schirmten eine Zone ab, in der sich andere Silberschiffe sammelten, die ebenfalls von der Oberfläche des Planeten Chentab kamen Andere Kugelraumschiffe lagen mit den Raumern der Roboter im relativen Nahkampf und versuchten, die größeren Einheiten an der Flucht zu hindern Mit ausgeklügelten Manövern strebten sie an, sich in vorteilhafte Konstellationen zu bringen, um ihr Feuer auf die silbernen Sphären zu konzentrieren Diese Raumer waren konventioneller gebaut, mit Triebwerksringwulst Sie identifizierten sich als Kampfschiffe der wahren Föderation Normon Mit den Robotern in den blau-silbernen Raumern hatte Bina bereits auf Pantrals Weltbekanntschaft geschlossen Die Roboter bereiteten den Planeten angeblich für eine Besiedlung durch Menschen vor Sie hatten Bina festgehalten, und einer von ihnen namens Virgil hatte versucht, sie zu manipulieren und hinzuhalten Bina hatte ihn in einem Zweikampf vernichtet und mit ihrer Spacejet Lovat fliehen können Aber Virgil hatte mit einem Strahlerschuss den Paratron-Konverter beschädigt Das war ein Fehler, der bei der Wartung der Spacejet nach Ende ihrer Mission auf Pantrals Welt nicht bemerkt worden war Bina war sicher, dass das den Verantwortlichen seine Stelle kosten würde Irgendwann Wenn sie am Stück aus dem Hexenkessel um Chentap gelangte Denn wegen der Beschädigung konnte Bina fortschrittliche Tarneinrichtungen wie den Paros-Schattenschirm nicht mehr nutzen Dabei wäre es sehr hilfreich gewesen, in dem umkämpften Sonnensystem unentdeckt zu bleiben, bis ihr Vorhaben erledigt war Die Mission? Sie hatte Perry Rodan im System finden und ihn vor den Robotern warnen wollen Vor denen, die nun hier kämpften Ziemlich sicher hatte er von deren Anwesenheit und Aggressivität inzwischen auch ohne Binas Zutun erfahren Welche Raumschiffe die neu entdeckten Gegner flogen, war ihr bislang nicht bekannt gewesen Aber sie konnte Teile des Funkverkehrs der Norman Raumer mit einem Raumsoldatenteam auf dem Planeten mithören Und die verknüpften die Schiffe eindeutig mit den Robotern Bina brauchte die Kontrollen der Lovat nicht zu berühren, um ihr Raumboot zu steuern Sie war mit dem Logik-Positronik-Verbund der Spacejet vernetzt Das Boot war wie eine Erweiterung ihres Körpers Die Ortungsinstrumente wie eine Ergänzung ihrer Sinne, mit denen sie in den Weltraum hinaus spüren konnte Aurelia Bina war ein extrem hochentwickelter Roboter Gewöhnlich trug sie eine künstliche Körperhülle, die sie aussehen ließ wie ein biologisches Lebewesen Im Augenblick bot diese Hülle das Erscheinungsbild einer blonden Terranerin in schwarzer Kleidung Bina wählte häufig weibliche Hüllen, denn sie betrachtete sich als weiblich Als stellvertretende Chefin des Terranischen Ligadienstes, des Geheimdienstes der Liga Freier Galaktiker war es für sie oft wichtig, nicht sofort als das erkannt zu werden, was sie war eine Posmi, eine positronisch-semitronische Intelligenz Was Maskeraden und Scharaden anging, unterschied sie sich gar nicht so sehr von anderen Geheimagenten, musste sie feststellen Laut den Ortungsergebnissen der Individualtaster hielt sich Rodan noch auf dem Planeten Chentab auf, wo die Roboter gerade die indigene Bevölkerung vertrieben Sie hatte Rodan nicht per Hyperfunk erreicht, die Verbindung war gestört worden Auf einen weiteren Versuch verzichtete sie, je weniger sie auf sich aufmerksam machte, desto besser Was sie Rodan mitzuteilen hatte, gab ihr ein ungutes Gefühl Denn Aurelia war genauso empfindungsfähig wie ein biologisches Lebewesen, obwohl ihr ein Bioplasma-Anteil fehlte Nur widerwillig hatte sie seit dem Einsatz auf Pantrals Welt eingesehen, dass sich in der Milchstraße ein Problem mit kybernetischen Intelligenzen unbekannter Herkunft anbahnte Noch direkt nach dieser Mission war sie fest überzeugt gewesen, dass die Roboter nicht gewaltbereit seien Diese Überzeugung war von den Ereignissen überrollt worden Nach Missionsende hatte Perry Rodan sie kontaktiert und zu einem eigenwilligen Notruf befragt, den er aus dem Chentab-System empfangen hatte Chentab befand sich, ebenso wie Pantrals Welt, im Bereich der Föderation Normon Chentab? Lebensgefahr, sie greifen an, hatte der Notruf gelautet Rodan hatte festgestellt, dass sich auf dem Planeten eine unbekannte, möglicherweise aggressive Roboter-Zivilisation ausbreitete Bina war zu lange im Dienst, um an einen Zufall zu glauben Die beiden Datenpunkte, Angriff auf Chentab und um sich schießende Roboter gehörten zusammen Was nichts anderes bedeutete, als dass Rodan gerade ohne Warnung in ein Wespennest vorstieß Sie rechnete damit, bei der Annäherung an Chentab entdeckt zu werden Der Verband, der gegen die Roboterschiffe kämpfte, bestand aus Schlachtschiffen und Schlachtkreuzern Die nach außen durch Korvetten und Kreuzer abgeschirmt wurden Die kleineren Einheiten griffen nicht ins Gefecht ein, sondern konzentrierten sich auf die Ortung im System Damit sich kein weiteres Robotergeschwade aus dem Hinterhalt anschleichen konnte Dass die Lovat von ihnen entdeckt wurde, war aufgrund der ausgefallenen Tarn-Einrichtungen Nur eine Frage der Zeit Zwar besaß Bina den Status seiner Diplomatin der Liga Freier Galactica Aber gegen einen übereifrigen Schützen half kein Status Es dauerte in der Tat lediglich wenige Sekunden Die Korvette, die einige Millionen Kilometer von der Lovat entfernt aus dem Linearraum austrat Konnte nur eine kurze Strecke geflogen sein Bina registrierte Eintritts- und Austrittssignatur beinahe gleichzeitig Das Schiff funkte Symbolabfolgen auf Hyperwelle Die Positroniken zur Kommunikation miteinander benutzten Und identifizierte sich als die Korvette Konoroi der wahren Föderation Norman Sie forderte die Lovat auf, aktive Tastung, Triebwerke, Schutzschirmgeneratoren und Waffensysteme zu deaktivieren Und ein Enter-Kommando zu erwarten Bina hatte keine Verständnisschwierigkeiten und die Anfrage schneller verarbeitet Als ein Mensch zum Blinzeln brauchte Die Informationen erreichten ihren Verstand nicht hintereinander, nicht seriell Sondern waren allesamt von einem Moment auf den anderen präsent Sie sah die Korvette als Schiff von 65 Metern Kugeldurchmesser Mit einer glatten, nur von geöffneten Geschützblenden unterbrochenen Außenhaut Und einem äquatorialen Ringwulst, der die Impulstriebwerke beherbergte An diesen Triebwerken blitzte es immer wieder auf Die Korvette flog ein Abfangmanöver, das sie in die unmittelbare Nähe der Lovat bringen würde Bina wunderte sich über das Verhalten der Konoroi-Besatzung Ein Vorgang, der länger dauerte als der Austausch positronischer Informationen Sie veranlasste, dass die Lovat sich als Spacejet der Ligaflotte identifizierte Und ihre diplomatische Akkreditierung sendete Fragte sich dabei aber, wieso die Korvette keine normale Hyperfunkbotschaft gesendet hatte Sie entschied sich, ihrerseits eine Anfrage an die Konoroi zu funken Hier spricht Aurelia Bina an Bord der Spacejet Lovat, Flotte der Ligafreier Galaktiker Ich befinde mich auf einem Erkundungsflug nach den Statuten des Abkommens zwischen der Föderation Normon und der Liga und verfolge keine feindlichen Absichten Konoroi, bitte kommen Sie ließ Schutzschirme und Waffensysteme aktiviert Die Antriebssysteme blieben unter Energie Und sie tastete die Umgebung genauso ab wie die Konoroi Rasch hatte Bina die verschiedenen möglichen Entwicklungen überschlagen Sie war zu dem Schluss gelangt, dass aggressives Verhalten zwar nicht angebracht sei Es ihr aber als Schwäche ausgelegt werden konnte Wenn sie sich den Anweisungen der normonischen Korvette bedingungslos fügte Ihre aktive Tastung war nicht intensiv Nicht darauf angelegt, Ortungsabschirmung zu durchbrechen Die Reaktion der Konoroi dagegen bestand aus einer Intensivtastung wie Bina sie vermieden hatte Hyperimpulse prasselten auf die Außenhaut der Lovat und fühlten sich für Bina an als hämmerten tausend spitze Nadeln auf jeden Quadratzentimeter ihrer Körperoberfläche ein Das war ein aggressiver Akt Eine Warnung Die letzte Stufe vor aktiver Zielerfassung und einem Impulsstrahl vor dem Bug Mit den erweiterten Sinnen ihrer Ortungsinstrumente registrierte sie einen Energieaufbau in den überlichtschnellen multivariablen Hochenergiegeschützen der Korvette Gleichzeitig ging eine Hyperfunkbotschaft ein Diese hatte das Standardformat für Schiff-Schiff-Kommunikation War das ein Zugeständnis? Bina beschloss es als solches aufzufassen und nahm den Funkspruch an Im Kommunikationsholo bauten sich Kopf und Schultern eines jungen Mannes auf Er hatte ein strenges Gesicht mit schwarzen Augen und kurze violette Haare Seine Bordkombination war nachtschwarz und wies einen hochstehenden Kragen auf, an dessen Rand zwei schmale, goldene Streifen verliefen Die Datenbank der Lovat signalisierte Bina, dass die Streifen das Rangabzeichen eines normonischen Oberleutnants waren Und damit war der junge Mann vermutlich der Kommandant der Korvette Robotschiff, hier spricht Oberleutnant Tatsuo von der Raumflotte der wahren Föderation Normon, Kommandant der Korvette Konoroi Befolge die übermittelten Befehle, Robotschiff, sonst eröffnen wir das Wirkungsfeuer Bina übermittelte ihr Holobild an das andere Raumschiff und stellte sich erneut vor Tatsuo schüttelte den Kopf Du bist ein Roboter Die Individualabtastung erfasst keinerlei Lebenszeichen an Bord deiner Spacejet Dein äußeres Erscheinungsbild kann uns nicht täuschen Er fuhr mit einem Finger über den Kragen mit den beiden dünnen Streifen Sie schienen ihm viel zu bedeuten Ich bin zwar kein biologisches Lebewesen, aber eine positronisch-semitronische Intelligenz Erwiderte Bina Und täuschen will ich niemanden, sondern habe mich aus freiem Willen für mein Äußeres entschieden Du bist somit ein Roboter, sagte Tatsuo unbeirrt Wir werden von Robotschiffen überfallen Die Opferzahlen gehen bereits in die Tausende Ich muss dich als feindliche Kombatantin betrachten Und auf einer Durchsuchung deines Schiffes bestehen Wieder strich er mit dem Finger über sein Rangabzeichen Uns interessiert sehr, wie du deinem Schiff die Anmutung einer terranischen Zaltatepes Spacejet verleihst Bina hatte den Eindruck, dass er den dritten Kragenstreifen schon fast spürte Er hoffte, zur Belohnung für seine Entdeckung befördert zu werden Das wollte sie ihm nicht leichter machen als nötig Ich bin Repräsentantin der Liga Freier Galaktiker Meine diplomatische Akkreditierung hast du erhalten, Oberleutnant Tatsuo Du möchtest dich erinnern, dass Robotwesen in der Liga nichts Ungewöhnliches sind Denke bitte an die Pospis und die Mit dieser Antwort biss sie bei dem Oberleutnant auf Granit Wenn du ein Pospis mit Plasma-Anteil wärst, hätten wir es festgestellt Wie die Dinge stehen müssen